Die Welt rettet. Die Welt rettet. Die Welt rettet. Wir wollen extrem viele Jugendliche erreichen, die uns helfen, ein Verständnis zu Zivilcourage und Gesellschaftspolitik zu erzönen. Wir empfehlen gerade an Radebogen, wie siehst du die Welt? Weil das, glaube ich, mit uns alle angeht und weil wir eigentlich die zukünftige Generation sind. Weil es eine wichtige Sache ist. Für später und für unsere Zukunft voll. Weil es um das geht, dass man die Welt retten soll. Und ja, ich glaube, das ist nicht so schlecht. Wie siehst du die Welt retten? Wie siehst du die Welt retten? Wie siehst du die Welt retten?